Barbara Giacomozzi Barbara Giacomozzi Wir als Familie Giacomozzi sind schon seit der Gründung beim Verein. Wir waren seit dem ersten Treffen im Krankenhaus mit von der Partie und haben den Sinn in dem Verein, mit den betroffenen Eltern die schwierigen Zeiten und die Probleme zu besprechen. Die Gründung des Vereins ist dann einige Monate später gemacht worden. Als Präsidentin hat sich die Frau Dr. Martina Ladurno zur Verfügung gestellt. Und im September 2006 ist Kinderherz gegründet worden. Für mich speziell hat der Verein sehr viele positive Dinge mit sich gebracht. Zuerst haben wir ganz viele Leute kennengelernt und über die Thematiken sprechen können. Erfolge, Misserfolge, positive Seiten, Zentren, wohin man gehen kann. Und eigentlich schon das erste halbe Jahr unserer Tätigkeit hat man gesehen, wie viel für unsere Kinder noch gemacht werden muss. Weil wir hier sind effektiv noch in den Kinderschuhen gestanden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.